Herzlich Willkommen zur Website Leitfadenprävention und dem Erklärvideo der Phase Durchführung. In dieser Phase wird das umgesetzt, was Sie in den vorherigen Phasen ermittelt und im Maßnahmenplan aufbereitet haben. Für eine erfolgreiche Durchführung ist folgendes wichtig. Die systematische Umsetzung des Maßnahmenplans, die Bewältigung von unvorhergesehenen Herausforderungen, die interne und externe Kommunikation und die Dokumentation des Projektverlaufs. Bei der Implementation der Maßnahmen unterstützt das Planungsteam. Beachten Sie, dass Sie sich in einem komplexen sozialen System befinden und es zu unvorhersehbaren Ereignissen kommen kann. Reagieren Sie auf notwendige Änderungen flexibel und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor. Es kann beispielsweise vorkommen, dass intern im Projektteam Schwierigkeiten auftauchen. Es kann passieren, dass die Zielgruppe wenig Akzeptanz zeigt. Es können aber auch unvorhergesehene Ereignisse aus der Umwelt das Projekt beeinflussen. Versuchen Sie eine Überforderung mit der Umsetzung zu vermeiden, indem Sie eine interne und externe Kommunikation aufrechterhalten. Aspekte wie Transparenz, Kommunikation, Ressourcen und Motivation sollten stets im Blick behalten werden. Setzen Sie regelmäßige Teammeetings an, um die Kommunikation untereinander zu fördern. Für eine erfolgreiche Durchführung ist die Dokumentation ein essentielles Instrument. Sie beinhaltet sämtliche Aspekte des Projektverlaufs. Dazu zählen Ziele, Meilensteine und Vorkommnisse, aber auch Anpassungen und Veränderungen, die im Maßnahmenplan vorgenommen wurden. Gleiches gilt für inhaltliche und strukturelle Abweichungen bei der Durchführung des Präventionsprogramms. Und besondere Vorkommnisse und die darauf erfolgten Reaktionen sollten hier auch berücksichtigt werden. Die Dokumentation ist nicht nur wichtig, um den Überblick über eine Maßnahme zu behalten. Sie ist gleichzeitig auch die Basis für den nächsten Schritt Auswertung. Die Dokumentation bietet für Sie eine Absicherung. Sie können dadurch nachweisen, was Sie umgesetzt haben, was noch durchgeführt werden muss und was eventuell zu adaptieren ist. Zusätzlich dient die Dokumentation als Nachweis für die Kooperationspartner und als Grundlage für den Abschlussbericht. Zuletzt ist die Dokumentation auch für Sie persönlich hilfreich, zum Beispiel wenn Sie in Zukunft noch weitere Maßnahmen oder andere Projekte planen. Dass Sie nun die Durchführung erfolgreich abgeschlossen haben, fehlt noch der letzte Schritt, nämlich die Auswertung.